Nass könnte es mal wieder werden. Das hier ist die Regensummen-Prognose bis nächste Woche Mittwoch bis zum 19. Oktober. Und wir sehen besonders hier im Südwesten einen Schwerpunkt im südlichen Teil von Rheinland-Pfalz, im Norden von Baden-Württemberg, aber auch im Norden von Bayern könnte es ja nass werden mit 50 bis 80, teilweise sogar bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Montag hier bei wetter.net. Aber in den meisten anderen Landesteilen kommt deutlich weniger Regen vom Himmel. Und stürmisch soll es ja auch werden. Was ist da noch von übrig geblieben? Das schauen wir uns alles hier in diesem Wettervideo an. Zunächst mal der aktuelle Blick auf die Oktober-Prognose vom amerikanischen Wetterdienst NOAH. Und wir sehen Abweichungen von 0,5 bis 1 Grad im Vergleich zum Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Der Süden könnte sogar 2 Grad zu warm ausfallen. Und im Westen da gibt es ein bisschen weiß und das heißt insgesamt eine ausgeglichene Temperatur im Vergleich zum langjährigen Mittelwert. Und was macht der Niederschlag? Auch da sehen wir viel weiß über Deutschland und das heißt insgesamt weder zu nass noch zu trocken. Nur hier im Norden, da könnte dieser Oktober etwas zu nass ausfallen. Besonders auffällig hier im südeuropäischen Raum, sehr trocken dieser Oktober und das hier von Spanien, Portugal, Südfrankreich rüber bis zum Balkan. Über dort wird deutlich zu wenig Niederschlag berechnet. Wir schauen auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Montag. Unser Hochvangelis zieht ab. Es brachte uns gestern einen herrlichen Sonntag. Wie war das Wetter bei euch gewesen? Bei uns hier im Rhein-Main-Gebiet gab es den ganzen Tag Sonnenschein. Temperaturen bis zu 17 Grad, in der Sonne gefühlt 20 bis 23 Grad. Jetzt kommt heute Abend so ein kleines Tiefreingerutsch. Das bringt ein bisschen was an Regen, aber dahinter kommt das nächste Hoch. Wim Tölke. Wer kennt ihn nicht Wim Tölke? Das Hoch Wim kommt und das bringt uns dann wieder ein bis zwei Tage freundliches Herbstwetter. Doch der Reihe nach. Erstmal der Blick auf den heutigen Montag. Überall viel Sonnenschein. Temperaturanstieg auf 23 Grad hier im Südwesten. Es wird nochmal richtig warm werden. Ansonsten so meist 17 bis 22 Grad. Zum Nachmittag werden die Wolken hier im Westen zahlreicher. Da kann es zum Abend auch mal ein bisschen was an Regen geben. Aber die großen Regenmengen werden das nicht sein. Nach Osten und Süden scheint meist die Sonne und es ist sehr freundlich. In der kommenden Nacht dann gehen die Temperaturen wieder zurück auf 11 bis 5 Grad. Stellenweise in den Mittelpäckslagen auch Bodenfrostgefahr. Und im süddeutschen Raum sind die Wolken zahlreicher. Da kann es stellenweise auch noch etwas Regen geben. Morgen am Dienstag dann das Hoch Wim und das bringt uns wieder verbreitet viel Sonnenschein. Ab und zu auch ein bisschen Nebel oder Dunst am frühen Morgen. Das Ganze löst sich meist aber auf an der Nordseeküste. Entschuldigung, kann es auch mal ein paar Regenschauer geben. Und die Temperaturen erreichen 14 bis 17 Grad. Der Mittwoch weiterhin verbreitet. Goldenes Oktoberwetter bei 14 bis 21 Grad. Es ziehen hier und da ein paar Wolkenfelder vorüber. Morgens kann es auch mal ein bisschen Dunst oder Nebel geben. Aber es bleibt niederschlagsfrei. Und wir blicken auf den Donnerstag. Auch der nochmal sehr freundlich. Goldenes Oktoberwetter. Ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Aber dann zum Abend werden auch da wieder aus Westen die Wolken zahlreicher. Und es kann stellenweise etwas Regen geben. Die Temperaturen erreichen im Vorfeld 14 bis 19 Grad. Und dann zum Freitag wird es ein bisschen durchwachsener. Da kommen mehr Wolken herangezogen. Es gibt Regen, aber wirklich kühler wird es nicht werden. Temperaturen 13 bis 17 Grad. Und besonders im Norden bis runter zur Landesmitte kann es immer wieder mal Regen geben. Zeitweise ist es windig, aber ein großer Sturm ist erstmal überhaupt nicht in Sicht. Wir schauen auf das Wochenende. Das könnte ein bisschen wechselhafter ausfallen. Da gibt es aber noch ein großes Fragezeichen dahinter. Besonders hier im Südwesten immer wieder Regen. Der Samstag 13 bis 17 Grad. Sonntag 10 bis 15 Grad. Es wird ein bisschen kühler, aber schon zum Montag in einer Woche erneut 16 bis 22 Grad. Es wird schon wieder wärmer und letzte Schauer sind im Süden möglich. Sonst aus Westen schon wieder vermehrt freundliches und auch sonnenscheinreiches Wetter. Ja und was bleibt von diesem ominösen Sturm noch übrig? Wir schauen hier mal auf die aktuelle Prognose vom Nullurlauf, vom amerikanischen Wettermodell. Die Spitzenböen bis zum Montagmorgen. Das heißt Montag in einer Woche. Und wir sehen, da passiert fast überhaupt nichts. In vielen Landesteilen mal so vielleicht 30, 40 Kilometer pro Stunde. Als Spitzenböe nach Norden auch mal 50, auch nach Süden mal 50 bis 60 Kilometer pro Stunde. Das hat natürlich mit Sturm überhaupt nichts zu tun. Die Lage hat sich dahingehend wieder ein klein wenig entspannt. Und was kommt da an Regen runter bis zum Sonntagmorgen nach dem amerikanischen Wettermodell? Berlin, Brandenburg fast komplett trocken, so ein bisschen Getröpfel, auch nach Nordrhein-Westfalen rüber ein bisschen Getröpfel. Ein bisschen mehr an der Nordseeküste in Schleswig-Holstein und vor allem hier wie gesagt im Südwesten des Landes. Da kann mehr runterkommen im Stau vom Schwarzwald. Aber auch das müssen wir noch abwarten, ob sich das alles genau so entwickeln wird. Und rüber bis nach Franken könnte es zeitweise auch mal etwas nasser werden. Noch zum Vergleich die Prognose vom deutschen Wettermodell bis zum Samstagmorgen momentan berechnet. Und wir sehen hier auch im Osten fast komplett trocken. Bis rüber nach Nordrhein-Westfalen, nach Rheinland-Pfalz kaum Regen in Sicht. Und auch hier im Südwesten, da könnte es nass werden, aber eben auch nur dort. Ansonsten sehr wenig Niederschlag bis zum Samstagmorgen. Die Woche, die hält sich noch insgesamt ziemlich trocken in vielen Landesteilen. Da ist nicht wirklich viel Regen in Sicht. Zum Schluss der Blick auf die Ensemble-Vorsage bis zum 25. Oktober. Und da liegen wir doch zeitweise über dem Klimamittel drüber in den nächsten Tagen bis zum 25. Oktober. Das hier ist die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe. Es geht erstmal ein bisschen runter unter das Klimamittel, aber dann wieder rauf. Und dann bleiben wir meist so um das Klimamittel herum und später auch zum Teil darüber mit deutlichen Ausreißern nach oben. Bis zu 15 Grad werden da berechnet. Ein Temperatursturz ist nicht in Sicht bis zum 25. Oktober. Und auch relativ wenig Niederschlag. Ab und zu mal ein paar Schauer. Wir schauen nach Westdeutschland. Hier auf die 2 Meter Temperatur bis zum 25. Oktober. Einzelne Ausreißer bei 20 Grad, teilweise etwas darüber. Meist die mittlere Temperatur um die 15 bis 17 oder 18 Grad. Und auch hier bis zum 25. Oktober relativ warm. Ab und zu sind hier auch mal einzelne Niederschlagssignale mit dabei. Wir blicken nach Ostdeutschland. Und da geht die Post so richtig ab bei Luftmassentemperaturen 1500 Metern Höhe. Da gibt es Ausreißer bis 17, 18 Grad. Und das Mittel liegt zum Teil deutlich über dem Klimamittel drüber. Und das etliche Tage hintereinander. Also eine Abkühlung ist hier im Oktober erstmal nicht zu erwarten in der zweiten Monatshälfte. Und die Regensignale sind wirklich verschwindend gering im Osten. Ab und zu sind mal ein paar Regensignale mit dabei. Aber der große Landregen wird das bis Monatsende wohl nicht werden. Und wir blicken noch nach Süddeutschland. Auch hier auf die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe. Und da schießen teilweise einzelne Ensemble-Mitglieder ganz schön nach oben raus. Bis zu 20 Grad in 1500 Metern Höhe. Das Mittel meist so um die 10 Grad. Und damit deutlich über dem Klimamittel drüber. Und das über mehrere Tage hinweg. Auch hier ist kein Temperatursturz in Sicht. Auch kein Wintereinbring in Hochlagen der Alpen. Bis zum 25. Oktober bleibt es relativ warm. Und ab und zu gibt es zum Teil doch recht kräftige Regensignale. Besonders Richtung Wochenende kann es nasser werden im Süden des Landes. Das hatten wir ja eben schon gesehen im Südwesten. Teilweise Richtung Alpen. Da kann ein bisschen was vom Himmel runterkommen. Zum Schluss noch der Blick in die Landesmitte. Wir gucken mal auf die 2-Metertemperatur. Aktuell so um die 20 Grad. Dann wird es ein bisschen kühler. Aber meist bleiben wir so um die 15 Grad bis zum 25. Oktober. Aber da gibt es ein paar Berechnungen. Die sehen hier bis zu 25 Grad sogar. Es könnte also nochmal richtig warm werden. Vielleicht sogar ein Sommertag. Und das am, wann wäre es? 18. und 19. Oktober. Also das wäre wirklich sehr ungewöhnlich. Und auch in den Landesmitteln können wir festhalten. Da ist erstmal nicht viel Rennen in sich. Die nächsten Tage ab und zu vielleicht einmal ein paar kleine Regeln schauen. Aber die große Landregel, der wird ausbleiben bis zum 25. Oktober. Der Oktober ist eigentlich noch überwiegend golden und auch relativ warm. Und das in allen Regionen in Deutschland. Und wie gesagt, in der Mitte sogar bis zu 25 Grad in 2 Meter Messhöhe. Das wäre ganz schön ordentlich. Wir fassen also kurz zusammen. Der große Sturm ist nicht mehr in Sicht. Vielleicht Rehn zum Samstag, Sonntag. Das könnte ein bisschen mehr wäre, aber das müssen wir abwarten. Ohne Not bleibt es erstmal ziemlich warm für die Jahreszeit. Ich wünsche noch einen schönen Montag. Tschüss, bis bald.